In der Rede hat Frau Rieper Bezug genommen auf das Artensterben. Das ist der Titel dieses Liedes. Es hat sieben Strophen, ich hab nur drei mitgemacht. Ich will euch nicht alle möglichen Arten des Sterbens aufzählen, aber so ein paar. Man kann sein Leben leicht verlieren, es kann ganz einfach so passieren. Manchmal fällt einer einfach um, war ein Moment vielleicht zu dumm. Man wird erdrosselt und erschlagen, ohne Erklärungen und Fragen. Man stirbt durch Zufall, Unfall, Mord im Bad, im Klo, beim Fernsehen, Sport. Aktiv nur herumzulungern, man kann verdursten und verhungern. Man stirbt durch Schuss, durch Messerstich, ganz anonym, auch öffentlich. Man kann in Feuersbrunst verbrennen oder stirbt einfach so beim Pennen. Man stirbt beim Streiten und beim Sex, die Gründe sind oft sehr komplex. Mancher verendet durch Raketen, man kann auch auf ne Miene treten. Es bringt auch Giftgas einen um, ganz ohne Antwort auf warum. Man stirbt durch Bomben und Granaten, auf kurzen Wegen, langen Fahrten. Man stirbt zu Hause auf der Flucht, hat Depressionen, Drogensucht. Man wird vom Auto überfahren oder stirbt auf der Autobahn. Man fällt vom Bahnsteig auf das Gleis oder bricht ein auf dünnem Eis. Wer nicht durchs Beil den Kopf verliert, wird vielleicht auch mal obduziert. Wir reagieren mit Schulterzucken, wie wir es hinnehmen und schnucken. Machen so weiter, weiter so. Sterben, das muss man sowieso. Warum macht man sich allzu Sorgen? Etwas dran tun, das kann man mochen. Mancher hofft sehr auf das Gebet. Vielleicht ist dafür längst zu spät. So stirbt man mit und ohne Erben. Man kann verrecken und verderben. Arm oder reich in Krieg und Not. Man ist halt irgendwann mal tot. Man kann auf viele Arten sterben. Jedoch, dass viele Arten sterben, sehen wir mit viel zu viel Geduld. Es ist alleine unsere Schuld. Wie gesagt, das Ding hat noch vier Stoffen mehr. Alle Sterbearten, die ziehen einen runter. Wer ist noch présentes? ... ...